Wir sind hier in der Hörber Wald gerufen worden zu einem gemeldeten Waldbrand. Das hat ein Waldstück in der Größe 100x100 Meter circa gebrandt. Als die Feuerwehr eingetroffen ist, hatten wir eine relativ schnelle Brandausbreitung, die wir aber mit den erst eintreffenden Kräften schnell eindämmen konnten. Wir haben uns dann entschieden, die Wasserversorgungskomponente hinzuzualarmieren, die Kräfte aus Frischfiltern und Wolfschnupen, sodass wir ausreichend Wasser hatten, um dann letztendlich das Feuer schnell abzulöschen. Wir waren zehn Fahrzeuge und 53 Einsatzkräfte. Wir haben hier noch eine Ruhsung. Ja. Aber ich bin so. Jetzt kommt mal das Ding. Wir gehen da oben ausfahren, es wird uns vielleicht. Ja. Okay. Vielen Dank.